Einfach mal spätere Tage starten und die Zeit für mich geniessen. Freizeit hat für mich einen sehr grossen Stellenwert. Darum entscheide ich auch selbstständig, wann und wo ich arbeiten beginne. Als Servicetechnikerin bin ich viel unterwegs, habe täglich neue Herausforderungen und treffe neue Arbeitssituationen an. Flexibilität und Organisation ist für meinen Beruf sehr wichtig. Ich übernehme viel Verantwortung und bin zuständig von den kleinsten Handgriffen bis zu den ganz grossen Aufgaben. Möchtest auch du deinen Arbeitsalltag selber gestalten?